Es ist so ein Spaß! Es ist so ein Spaß! Ja, ja! Ich begann von der Bottom und ich will nie wiedersehen. Ja, ja! Schau an all my haters, y'all make it a mess. Street Fighter 6 Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video. Für alle anderen, die mich in der Zeit verfolgen. Ja, wir sind wieder hier und ich habe ja gesagt, wir sehen uns dort, wo der Kampf am meisten schmerzt und zwar in Street Fighter 6 und ich werde es fragen, ich werde mit Judy jetzt in die Ranks gehen und dann wollen wir mal gucken. Und die erste Zeit sind wir noch dabei, aber wenn wir hier, wie gesagt, wenn wir einen Gegner bekommen, dann... Oh, das ging schnell. Ich muss jetzt meine ersten 10 Testkämpfe machen. Mal sehen, wie ich mich hier anstellen werde. So, wir wollen mal gucken. So, wir wollen mal gucken. Ah, Modern. Ah? Okay. Modern. Scheiße, scheiße. Okay. Okay, gewann. So, mal schauen. So, mal schauen. Ach, das war unschlafen. Das war unschlau. Ich muss schnell sein. Schnell, schnell, schnell. Wuh! Erst mal Schaden rein, Dirk. Einfach Block machen. Oh, Mann. Oh, das habe ich verloren. Das war schlecht. Ah, ja. Ja. Sä. Ja. 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 Okay schnell 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 Okay schnell 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 Da bin ich im Plus Baby Und du bist im Modern Alles klar Dann sind wir weiter im Training Wir sehen uns dann im nächsten Kampf Das geht sehr schnell Das geht sehr schnell Leute Auf jeden Fall ja Nehmt euch immer gern mit Und dann Wollen wir mal schauen wie das hier läuft Können wir leben Oder wollen wir mal Modern Spieler ey Meine erste richtige Erfahrung Let's go Modern Ich kicke nur Mada Wieso Okay Ey, verarscht mich in dem her. Ah! Fine, goody. Let's fucking go. Ah, crap. Ah, crap. Ah, crap. Ah, crap. Ah, crap. Power, baby. Okay. Ah, aber diese Spielweise wird mich nicht sehr weit bringen. Aber ich darf ja erstmal noch abgehen. Ah, das war blöd. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht. Komm, ich will nicht. Er konnte mich greifen. Mann! Ja, lässt mich verhungern. Ja, das ist gut. Okay. Wuhu! Okay. Das ist schon mal viel viel besser. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, meine Damen und Herren. Das geht Schlag auf Schlag. Kent Masters! Klassik! Okay, jetzt kommt Silber. Let's fucking go! Ah! Okay. Den könnte ich handeln. Den könnte ich handeln. Ja! Vielleicht kommt noch ein. Wanyo! Oder? 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 Okay, er nutzt es aus, ich Idiot. Fuck. Double KO, ich hab aber gewonnen. Neuer Titel, rosa Spinne. Cool, cool. Let's fucking go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Okay. Let's go. Das war's für heute. Okay. Let's fucking go. Okay. Dann wollen wir weiter. Es geht hier, Schlag auf Schlag. Oh, Planker-Charm. Beziehungsweise Jimmy. What the fuck? Orange? Okay, Orange. Jetzt wird's lustig. Let's fucking go. Ah, hat er auf Gewarte sehr gut, oh man. Okay. 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 Okay, mit den Optionen spielen. Mit den Optionen spielen, die mir gegeben sind hier. Meine Fresse. Okay. Okay. Bee-N-F-Reuy-I-G-I-G-I-G-I-G-I-G-I-G-I-G-I-G-I-G-I-G-I-G-I-G-I. Okay. Dang. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, Baby. Wuhu. Come on, Alter. Platinum? What? No. Ah, Combat Crap. Ich muss eigentlich damit... Das war gut. Ich hätte auf die andere Seite springen sollen. Platinum. Let's go. Fight. Fight. Got you. Das war's für heute. Ich hätte es brechen können. So eine Scheiße. Und dann haut er ab, wenn er einmal gewinnt. 1-1, ihr seht es, Leute, ne? Er hat mich abgezogen. Naja, egal. Dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Okay. Hier geht's Schlag auf Schlag. Wieder ein Luke. Diesmal ein... Oh, Platinum 3 Sterne. Oh man, das wird schwedisch. Okay, er hat's genutzt. Danke. Okay. Da hab ich blöd gespielt. Da hab ich blöd gespielt. Richtig blöd. Ich reagiere dumm. Ich reagiere richtig dumm. Aaaaaaah. Ich reagiere richtig blöd, man. Okay, wir sind Platinum. The fuck? Fuck. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Okay. Okay. Okay, Leute. Das muss man jetzt ein bisschen... Okay, wir sind Platinum, das heißt, wir kriegen jetzt erstmal harte Gegner. Ja, wir sehen uns beim nächsten Fight. Okay, nächster Fight. Platinum, Alter. Was ist los? Ich hätte ihn schwer machen sollen. Ah. Abwarten und T-Tränken. Round 2. Fight. Ja. 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 Oh, da hat er gewartet. Ah, das bin ich. Das bin ich eher, dass ich Gold bin, ja. What? Wieder dieses Cross-Up-Hänge. Wie der immer abhaut. Er haut ab und macht Cross-Up. Mann! Ah! Dummer Scheiß. Dummer Scheiß. Echt. Die immer Cross-Up. immer Cross Up ja ja immer Cross Up ja 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 cross-upen, immer den Scheiß machen. Mann! Dagegen bin ich anfällig. Entschuldigung. Naja, sagt er ja. Platinum? Platinum sind wir nicht. Platinum sind wir nicht. Okay. Chun-Li, Baby. Huh? Was dauert da so lang? Was ist los? Wollte ich gerade sagen. Deutschland. Platinum. Also das war blöd, ne? Schlappt die ganze Zeit rum. Mann! Ach, ihr Stinker, ey. Ihr wartet alle ab. Schlappt die ganze Zeit. Von dice recursos, ne? Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Sie sehen. Whoa. Komm. 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 Diese Hocker! Ach, Mann, ey. Ja. Mann, ey. Abwarten, abhauen. Immer derselbe Scheiß. Ach, Leute. Oh, ja, leck mich doch. Immer abhauen. Immer abhauen. Ey, ey. Immer abhauen. Leute. Entschuldigung. Aber mich regt so eine Spielweise auf. Sie ist legitim. Aber das ist so unbedingt safe spielen. Die machen nix. Um Gottes Willen. Ah, das ist nur Kontern. Wie, du bist safe? Nur safe spielen. Um Gottes Willen. Ah. Naja. Okay. Okay, meine Damen und Herren. Das wär's mit der ersten Aufnahme der Rank-Matches in Street Fighter 6. Ja, wir wollen mal kurz Platinum. Äh, ja. Wenn es erstmal so weitergeht, dass die alle immer abhauen. Ich kann da noch nix gegen. Ich muss da irgendwas nochmal finden. Aber ja, wir werden da irgendetwas zum finden. Alles klar. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlässt ein Like da. Genauso wie ich dem Typen mal ein Like gegeben hab. Weil er hat ja richtig gut gespielt. Also wie gesagt, er hat ruhig gespielt. Äh. Ja, und wenn euch nicht nur mein Street Fighter Zeug, beziehungsweise Fighting Stage gefällt, hinterlasst doch ein Abo da. Und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja. Und ich würd sagen, ich bin die Kay des Game Stage 5 und wir sehen uns dort wieder, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Weihauen!